Zwölf Stunden lang hat die Feuerwehr Montag live unter dem Hashtag München112 bei Twitter den Münchnern und Münchnerinnen einen spannenden Einblick in den Feuerwehrealltag gegeben. Wir wollen auf die Notruf Nummer 112 aufmerksam machen. Wir wollen die Leute informieren, was ist der richtige Notruf. Wir wollen die Leute informieren, was ist Berufsfeuerwehr. Deswegen machen auch deutschlandweit 41 Berufsfeuerwehren mit und deswegen haben wir so einen gemeinsamen Aktionstag. Der europäische Tag des Notrufs lässt sich gut merken. Es ist der 11.02. und die 112 ist die Nummer, die europaweit in Notlagen gewählt werden kann. Bundesweit haben 41 Berufsfeuerwehren am Montag ihre Arbeit durch Twitter transparent gemacht. Wir twittern live aus der Leitstelle. Wir berichten über Einsätze, wir berichten über Hintergrundinformationen, wir berichten über die Feuerwehr München, wir berichten über Ausbildung. Wie komme ich zur Feuerwehr, was mache ich bei der Feuerwehr. Wir wollen zum Notruf informieren und diese Dinge wollen wir heute eben an diesem Tag verbreiten. Dass Twitter weitaus hilfreicher ist, als nur die Bevölkerung über den Job zu informieren, hat sich in der Vergangenheit schon mehrfach gezeigt. Twitter ist für uns schon auch ein sehr wichtiges Medium, das wir auch nutzen, nicht nur um die Leute zu bespaßen. Es ist für uns sehr, sehr wichtig, auch auf die Leute zuzugehen, wenn wir Warnungen zum Beispiel an die Bevölkerung haben. Ich kann ein Beispiel erzählen aus einer Geschichte mit einer S-Bahn, Schaden einer Oberleitung in der Stammstrecke. Es waren Personen, viele Personen in den S-Bahnen in der Röhre. Und wir haben getwittert, die Feuerwehr ist vor Ort, die Lage ist im Griff, es ist nichts Schlimmes los. Und wir haben Rückmeldung sogar gekriegt aus der S-Bahn von einem Fahrgast, der gesagt hat, sie haben das gelesen, es wurde rumgerzählt in der S-Bahn. Die Leute haben sich unterhalten und haben gesagt, die Feuerwehr ist da, es kann nichts passieren. Und es hat sehr deutlich auch zur Beruhigung beigetragen. 365 Tage, 24 Stunden am Tag. Im Durchschnitt rufen 3500 bis 5000 Menschen bei der Münchner Feuerwehr täglich an.